A Dutchman's Guide to Jazz. Heute geht es um das Thema Jazz. Jazz und Jazz. Ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, ich habe von Jazz keine Ahnung. Für mich war Jazz immer, da treffen sich ein paar Leute, die spielen dann unabhängig voneinander auf ihren Instrumenten und irgendwie kommt teilweise was raus, was nach Musik klingt. Ihr könnt ja auch mal in den Chat schreiben, wie so eure Erfahrungen und Kenntnisse und Einstellungen oder Meinungen von Jazz ist. Das, was du gerade beschrieben hast, ist typisch für viele. Ich glaube, so begegnen viele dem Jazz, wenn sie das erste Mal was hören. Das Schöne an Jazz ist ja, dass er mittlerweile deutlich über 100 Jahre schon existiert. Also die Musik entstand Anfang des 20. Jahrhunderts, also im Wechsel von 1890 zu 1900, 1910 in der Ecke. Und in der Zeit sind über 100 Jahre. Da ist unheimlich viel passiert. Unglaublich viel. Ich hätte auch nie gedacht, dass Jazz schon so alt ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber den Song, den wir gerade gehört haben, muss ich jetzt nur mal anhaken. Ja, der Maple Leaf Rack. Ja, ich kannte diese Melodie, die da verwendet wurde. Entweder war es bei Stummfilmen, wo das mitverwendet wurde. Richtig, ja. Ich glaube, ich kenne es tatsächlich so aus so Sachen wie Tom und Jerry oder so, dass ich das da mal gehört habe, so als Untermalung. Ja, genau. Aber der Track fing an und diese Hauptmelodie da drin, ich kannte sie, weißt du, das war so, das war gerade... Und das ist auch von Scott Joplin, ein Rack oder Racktime. Ich lese nur den Titel und kann definitiv sagen, ja. Aber vorher überhaupt, du hast keine Ahnung von Jazz. Ja, 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 ja. Du, das Ding ist für mich, ich habe das nie unter Jazz eingeordnet. Ist das ganz ehrlich, weißt du? Dann ist das jetzt quasi deine Boogie-Wooogie-Entjungferung. Hör es mal rein. Dieses Rollen unten im Bass, das ist der typische Boogie-Rhythmus. Siehst du, für mich als Unwissender, ich würde das jetzt, was ich gerade höre, tatsächlich... Als Rock'n'Roll. Im Kopf für mich als Rock'n'Roll, genau. Richtig. Ich habe mich aber jetzt wieder dabei erwischt, dass ich hier mit der Hand auf dem Bein und schön am... Mitwippen, genau. Mitwippen, genau. Mitwippen, genau. Also, vom Anfang des Jahrhunderts bis weit in, bis über die 30er, 40er, 50er Jahre, weit in die 60er Jahre hinein, war Jazz die Tanzmusik, die Partymusik. Guns N' Roses, kennt das ja sicherlich, Sweet Child of Mine. Dieser Titel mal im New Orleans-Stil interpretiert oder arrangiert, also gecovert. Die Stimme ist echt der Hammer. Die Stimme ist der Wahnsinn. Ja, es ist einfach ein Titel, den man schon kennt, den man so im Ohr hat, aber einfach mal von einer ganz anderen Seite präsentiert. Und das ist eine Sache, die ich halt bei Cosmodern-Dooks unheimlich interessant finde. Hattest du Umbrella noch vorgesehen? Weil ansonsten würde ich das jetzt einfach nochmal kurz anspielen. Ja, dann mach es. Hau rein. Das Ding ist genial. Mach ich jetzt an. Da zwingt halt, das ist eher so Stil 20er Jahre. Da sind so ein bisschen Charlton-Elemente drin. Ich wollte gerade sagen, von der Stimme klingt er auch so ein bisschen wie ein, ja ich will es jetzt nicht abwerten klingen lassen, aber so ein weißer Louis Armstrong. Aber vorher überhaupt nur hast keine Ahnung von Jazz. Ja. Weil der hat ja dieses Rade an. Aber bitte mal von ihm Sweet Child of Mine an. Er hat das auch gecovert mit Postmodern-Dookbox. Ich meine gut, Postmodern-Dookbox kenne ich ja sowieso schon sehr viel davon. Aber vorher überhaupt nur hast keine Ahnung von Jazz. Nehmen wir uns einfach die Zeit, hören wir uns einfach auch nochmal seine Version von Sweet Child of Mine an. Bei dem Vorschau-Bild zumindest. So ein bisschen was von Hagrid gerade gehabt. Ja. Da hast du halt auch dieses Getragene aus dem Blues und richtig schön New Orleans. Ja. Aber es ist schon krass, wenn du jetzt überlegst, die Version, wie wir vorhin gehört haben, plus die Version jetzt. Es ist beides Jazz, aber vom Stil her Welten auseinander, kein Vergleich miteinander. Ja, und das ist das Schöne am Jazz. So breit und vielfältig und alles jenseits und alles dazwischen kann Jazz sein. Ella Fitzgerald, wie gesagt, in den 30ern startete ihre Karriere als Sängerin mit Liedern wie hier, A Tasket, A Tasket, im Prinzip Kinderliedern, die sie aber auf ihre eigene Weise sang, nämlich sehr verjazzed. Ja, ist schon schön. Also gefällt mir. Ja. Na gut, Ella Fitzgerald ist mir natürlich auch schon vorher im Begriff gewesen. Aber vorher überhaupt, du hast keine Ahnung von Jazz. Was mich halt total triggert, ich meine, klar, das war eine andere Zeit, aus der die Musik kommt, aber was mir instant aufgefallen ist an dem Bild, sie ist die einzige Nicht-Weiße in dem gesamten Bus. Ja, ja, das ist halt part of the time. Ja, ich glaube, alleine nur vom Titel lesen habe ich einen Song im Ohr. Ich bin gespannt, ob das der Song ist tatsächlich, weil dann stelle ich nämlich heute nach und nach immer mehr fest, dass ich tatsächlich schon mehr Jazz oder Jazz-ähnliche Musik gehört habe, ohne zu wissen, dass es Jazz quasi ist. Und der Fuß wippt schon wieder unterm Tisch. Ja, natürlich, natürlich. Was glaubst du, was bei mir angeht? Da knippen beide Füße. Und das jetzt bei Duke am Klavier, das ist für mich gerade so dieses Klassische, da improvisiert einer und klimpert einfach nur so ein bisschen vor sich hin. Ja. Aus dem Jazz, was ist so. Was mich jetzt gerade so ein bisschen getriggert hat, die macht da Sachen, also beim Singen gerade, die Ella Fitzgerald, was ich von den 90ern her kenne, von Scatman John. Ja, ja, ja. Wo er ja gesagt hat, das wäre ja quasi Sprachtherapie. Ja, ja, aber bei ihm war es ja wegen Stottern angeblich Sprachtherapie, klingt aber genauso wie das, was sie da schon gemacht hat. Ja, das ist Scatman, das gibt es seit den 20ern, Cap Calloway hat das auch ganz groß gemacht, Scatman Crossers. und so, ja, das kommt aus dem Jazz. Es ist so. Ja, aber wenn man halt keinen Kontakt zu der Musik hatte, jetzt mit dem Scatten vom Jazz, und hat damals, Scatman John, das war ja damals was für die jungen Leute wie mich, innovativ, neu, das war ja was Besonderes. Ja, wenn du das noch nicht gehört hast. Ja. Und, ja, der hat ja wirklich im wahren Leben gestottert und ganz massiv, und das war quasi für ihn ein Gespräch, also so eine Behandlungsmethode, wie sie das behandelt haben mit diesem, ne, was er dann auch versungen hat. Ja. Ja, aber wenn man jetzt weiß, das ist schon viel älter, oder es gab es schon früher in der Musik, ist das wieder so ein Hm. All About That Bass, eigentlich ein original aktueller Titel von Meghan Trainor. Der Song hat halt einfach mal 73, also fast 74 Millionen Aufrufe. Ja. Du wirst auch bei allen drei Sängerinnen merken, die haben alle ein unterschiedliches Ziel, die kannst du alle ganz klar und deutlich voneinander unterscheiden. Entschuldigung, ich habe gerade massiv Gänsehaut von dem Part, wo sie anfängt zu singen, wo sie so hoch geht. Du recht. Man sagt ja normalerweise relativ klischeehaft, um so eine Stimme aus dem Körper zu holen, muss auch ein bisschen Masse auf diesem Körper vorhanden sein. Ja. Und sie holt das halt aus dieser zählischen Figur raus. Also für die, die es jetzt gerade nicht sehen können, das sind drei relativ schlanke, zierliche Damen, die sich aber anhören, als wären sie halt, ich sage es jetzt mal wirklich klischeehaft, ohne das Böse zu meinen, so diese typischen Black Big Mamas, weißt du, die halt normalerweise so, wenn man so eine Röhre-Stimme hört, zu sehen sind. Okay, jetzt bin ich auf die dritte Stimme gespannt. Das ist die Softe von Telly Savalas. Okay. Also die drei Stimmen zusammen haben wirklich sehr, sehr gut harmoniert dann auch. Ich muss nur mal ganz kurz, ganz kurz reingrätschen. Ja, bitte. Weil, ich sage mal so, wir sind jetzt noch nicht mal, noch nicht bis, ich sage mal, in die 50er gekommen, oder wir sind ja ja, ne? Ja. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir probieren jetzt noch mal so 30er, 40er auf jeden Fall noch mitzunehmen. Und für den anderen Teil, was dann ins Modernere geht, so ab den 50ern, dass wir dann noch mal einen zweiten Stream machen, weil ich glaube, sonst sitzen wir heute Nacht um drei Uhr noch. Ja, 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 gerne. Ich finde es super interessant, deswegen sage ich, wir machen da gleich noch eine zweite Runde, wenn es was gewesen wäre, wo ich jetzt gesagt hätte so, ja, es war ich zwar interessant, aber ne, ich meine, man kann ja trotzdem im Nachgang dann noch mal fragen, wie ich es die Zuschauer fand, nicht jetzt heute, weil diese Eindrücke müssen ja auch erst mal sacken, aber ich wäre auf jeden Fall offen für eine zweite Runde. Also wir haben gar keine Wahl mehr, die Leute haben schon geschrieben, zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde, Tereskubis will auf jeden Fall, Tereskubis will auf jeden Fall noch New Jazz und Free Jazz haben. Oh, oh, das wird dann der harte Stoff. Ja, aber gerne, Leute, Leute, mir hat die Vorbereitung, ich sagte es ja schon zum Anfang des Streams, mir hat die Vorbereitung so viel Spaß gemacht und ja, gerne, liebend gerne, denn Modern Jazz, da wird es auch nochmal richtig interessant, dass wir damit für heute einen schönen Abschluss gefunden haben. Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch endlos nachlegen, aber... Ja, so haben wir auf jeden Fall Material für eine zweite Sendung. Ja, ja. Wir können ja jetzt nochmal eine Runde in den Feedback, wir müssen ja jetzt nicht sofort ausmachen, aber so dass wir jetzt den Jazz Talk quasi... Wir können ja jetzt uns nochmal Feedback von den Zuschauern abholen und... Ja, gerne. Also ich finde es krass, also wie informiert du bist und man merkt auch, du fühlst das richtig und du hast da auch Ahnung davon, sowas finde ich immer klasse. Bist auch ein sehr angenehmer Talkgast, also macht wirklich Spaß auch mit dir gerade zu quatschen. Ja. Aber nee, war sehr entspannt und ich freue mich auf jeden Fall auf eine zweite Runde. Joa, gerne, gerne. Wie gesagt, wenn jemand im Chat, wenn da jemand ist, der selber streamt, mit dem gleichen Thema von der neuen Zuschauerschaft, bin ich auch gerne nochmal bereit. Oder halt andere Themen, so zwei, drei, vier Sachen hätte ich da noch auf der Pfanne. Die man halt mal machen könnte und wer weiß, vielleicht wird das ja, vielleicht wird ja was draus, so als Podcast hier von Kanal zu Kanal zu hüpfen auf Twitch. Brauchen die großen Streamer ja keine Angst haben, dass ich ihnen die Zuschauer... Ja.